Ja, ich bin gerne hier, weil ich, aber das ist ein eigenes Thema, grundsätzlich natürlich Sympathie für die Aktionen der letzten Generation habe und ich fühle auch einfach die Verantwortung dafür, weil ihr euch ja oder der öffentliche Diskurs sich zum Teil natürlich auch bezieht auf die Forschung, die wir erstmal mühsam geleistet haben und sie dann auch kommuniziert haben und da geht es unter anderem um das Thema der Kipppunkte und der Kippelemente im Klimasystem. Ich will da relativ kurz durchgehen und will dann die jetzige Situation nochmal bewerten in ihrer ganzen Dramatik und allerdings auch, obwohl mir gesagt wurde, ich soll bloß keine klimapolitischen Aussagen machen, ich werde trotzdem einen Vorschlag machen, wie wir die Welt tatsächlich noch retten könnten. Das ist einer von möglichen, vielleicht sogar der wichtigste von allen. Aber gut, ich beginne erstmal. Ist die Menschheit noch zu retten, ist natürlich ironisch gemeint, doppeldeutig, wie auch immer, aber das kann sich jeder selber denken dazu. Wir beziehen uns immer auf das Klimaabkommen von Paris, wo ich selbst als Mitglied der deutschen Delegation dabei war und da ging es dann natürlich um die zwei großen Leitplanken, also 2 Grad und 1,5 Grad, auf die sich die Aktivisten der letzten Generation natürlich auch beziehen, aber auch viele. Und dazu werde ich gleich noch was sagen. Die ultimative Begründung, warum man so etwas wie eine Leitplanke einzieht im Klimasystem, was die mittlere Erdtemperatur angeht, die ultimative Begründung bezieht sich eben auf das Verhindern von großkaligen, disruptiven Ereignissen. Ein großkaliges, disruptives Ereignis ist, wenn der grönländische Eisschild irreversibel zu schmerzen beginnt, das bedeutet sieben Meter Meeresspiegelanstieg weltweit und so weiter und es gibt eben im globalen Umweltsystem eine Reihe von Elementen, die gekippt werden können, wenn sich ein Leitparameter des Planeten ändert und dazu gehört zweifellos die globale Mitteltemperatur. Hier sind verschiedene Kippelemente, das sind diese großkaligen Systeme, die gekippt werden könnten, wenn die Temperatur einen bestimmten Kipppunkt erreicht. Man muss dann schon sauber bleiben bei der Terminologie. Hier sind immer eine Reihe dieser Kippelemente aufgeführt. Ich gebe nur zwei Beispiele dazu. Das eine ist, naja, hier geht es. Grönländischer Eisschild, nur wenn man nach oben schaut, hier rechts im Jahr 2019 hat er eine Million Tonnen Eis verloren durch Schmerzen pro Minute. Man muss sich das vorstellen, das ist ein gigantischer Vorgang, der da passiert. Und ein anderes Kippelement ist das sogenannte Jetstream. Mal sehen, ja, jetzt geht es gut, weil das für unser Wetter hier in Europa auch wichtig ist. Jetstream als Starkhöhenwind separiert im Wesentlichen die arktische Kaltluft von der moderaten Luft, wie wir sie in Mitteleuropa haben und er wird eben genau durch die Temperaturdifferenz angetrieben. Da sich die Arktis aber ungefähr viermal so schnell erwärmt wie der Rest des Planeten, aufgrund verschiedener Rückkopplungsprozesse, ist es so, dass der Antrieb immer schwächer wird und sich dann oft eben dieser Jetstream in solche großen Falten legt, sogenannte Rossby-Wellen. Und im Jahr 2018 war die Situation, dass quasi bis nach Skandinavien ragte eine solche Ausbuchtung des Jetstreams. Das bedeutet, dass sechs, acht, zehn Wochen lang heiße, trockene Luft aus der Sahara bis nach Schweden geblasen wurde letztendlich. Im Augenblick haben wir wieder so eine Situation, ob sich das fortsetzt in diesem Jahr, ist schwer zu sagen. Aber das soll nur zeigen, dass wenn solche Grundelemente der globalen Umwelt sich verändern, dass das Auswirkungen haben kann, die eben Meteorologen nie auf dem Schirm hatten. Die Dynamik der Atmosphäre verändert sich, die Muster der Atmosphäre verändern sich und wir müssen eben versuchen, die Erdbeammer zu stoppen, bevor diese Kippelemente alle aktiviert werden. Hier ist eine Arbeit von Armstrong McKay und anderen meiner Kollegen, die vor kurzem erschienen ist, die einfach sagt, wo stehen wir bei den verschiedenen Kippelementen. Also die Kippung, das sind die jeweiligen Temperaturgrenzen und hier rechts unten ist das aufgetragen, wenn Sie einen orangenen Kreis sehen, dann bedeutet das Kippelement, schon unter zwei Grad wird es aktiviert. Wenn das ein roter Diamant ist, also das Symbol, dann passiert das zwischen zwei und vier Grad und bei dieser dunkelroten Pyramide oberhalb von vier Grad. Jetzt können Sie einfach suchen, wie viele orange Kreise Sie finden auf dieser Abbildung. Und Sie finden eben genau eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs inklusive des westanktarktischen Eisschildes, der wahrscheinlich das instabilste aller Kippelemente ist, wo bestimmte Teile schon aktiviert sind. Mit anderen Worten, hier haben wir ein echtes Problem. Wenn wir tatsächlich unter 1,5 Grad bleiben würden, dauerhaft, würden wahrscheinlich all diese Elemente nicht aktiviert werden. Wir werden aber diese Grenzen sehr bald schon überschreiten. Und es gibt dann natürlich eine sozusagen Kaskadendynamik, eine Dominodynamik. Wenn ich ein Element umstoße in dem vergründetischen Eisschild, dann hat es direkte Auswirkungen auf die Thermaline-Zirkulation, sprich den Golfstrom. Das wirkt sich wieder auf den Amazonas-Regenwald aus. Und wir haben vor kurzem eine Arbeit publiziert, neu entdeckt wirklich, der Amazonas-Regenwald hat wieder eine Fernbeziehung zum tibetischen Plateau über 15.000 Kilometer. Das heißt, die Schneebedeckung des tibetischen Plateaus wird direkt beeinflusst durch das Wohlergehen oder eben die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds. Das sind Dinge, die faszinierend sind für uns als Forscher, aber es ist natürlich außerordentlich bedrückend gleichzeitig. Jetzt hier eine Arbeit, die vor kurzem erschienen ist, von meinem Freund Tim Lenten und anderen, die sozusagen definiert, wo wird die Erde unbewohnbar im physiologischen Sinn, wo werden die Temperatur und die Feuchtigkeit so hoch liegen, dass ich mich im Freien nicht aufhalten kann, ohne einen Kollaps zu bekommen. Und bei dem 2,7-Szenario, das ist die Erderwärmung, die wir erwarten, wenn alle politischen Maßnahmen jetzt schon beschlossen sind, zu 100 Prozent umgesetzt werden, was man nicht erwarten kann. Selbst dann würde bis zum Jahr 2100 die Erderwärmung 2,7 Grad betragen. Und Sie sehen, überall, wo das hier schraffiert ist, das wären die Regionen, wo man dann im Freien nicht mehr überleben könnte. Und das bedeutet im Endeffekt, dass bei dieser Erderwärmung, die im Augenblick eingepreist ist politisch, ungefähr ein Drittel der Menschen aus der Überlebensnische herausgestoßen würde. Und als Wissenschaftler fällt es einem wirklich schwer, so eine Aussage zu machen. Das ist so dramatisch, so existenziell, dass es eigentlich nicht wissenschaftlich sein kann, denkt man. Aber leider sind das genau die Ergebnisse, das ist in einem Top-Journal veröffentlicht, Peer-Reviewed und so weiter. Also wir haben sozusagen die Situation, dass wenn die Klimapolitik, wie sie im Augenblick existiert, hundertprozentig umgesetzt wird und nichts dazu kommt, dass ein Drittel der Menschheit sozusagen in einer unbewohnbaren Zone sich vorfinden würde und es wären etwa zweieinhalb Milliarden Menschen natürlich migrieren müssten. Das muss nicht über Nacht gehen, natürlich nicht. Das ist ein langsamer Prozess. Aber ein Drittel der Menschheit umzuziehen ohne Blutvergießen in Frieden, kann sich niemand von uns vorstellen. Weil wir in Deutschland ja schon den Untergang des Abendlandes beklagen, wenn eine Million Menschen, Flüchtlinge aus Syrien oder wie auch immer kommen. Das ist die Thematik der Situation. So, das ist die globale Mitteltemperatur, die wir uns ständig anschauen. Da sehen Sie ein gewisses Schwanken und so weiter. Aber die viel wichtigere Grafik, die die wenigsten sich anschauen, ist der Hitzegehalt, der Energiegehalt der Ozeane in diesem Fall. Wenn Sie nämlich jetzt diese Grafik anschauen, das ist also die Zunahme des Wärmegehalts der Ozeane in der Schicht zwischen 0 und 2000 Meter tief. Inzwischen haben wir Tausende von Bojen, die ununterbrochen ab- und auftauchen und dann ihre Informationen an Satelliten funken, die dann wieder in den Rechenzentren empfangen werden. Sie sehen hier, geht unerbittlich der Wärmegehalt nach oben und in jeder Sekunde wird das Energieäquivalent von vier Hiroshima-Bomben hinzugefügt. Also wenn ich jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf zähle, in der Zeit sind 20 Hiroshima-Bomben-Explosionen getätigt worden und im Wesentlichen im Ozean gespeichert. Und so ein Prozess lässt sich nicht einfach aufhalten, sozusagen. Was können wir tun? Ich zeige Ihnen jetzt auch noch, was im Augenblick die Reaktion ist und da wird es eben selbst dann dem Wissenschaftler, der seit langem auf diese Dinge starrt, ein bisschen mulmig. Das ist jetzt, was in den Ozeanen gerade geschieht, nämlich die entscheidende Grafik ist eigentlich diese hier. Wenn Sie oben schauen, das ist die mittlere Oberflächentemperatur der Ozeane und die schwarze Linie ist das, was in diesem Jahr geschehen ist. Die ganzen anderen Linien sind das, was in den letzten 50 Jahren passiert ist. In der Mitte sehen Sie diese klein gestrichelte Linie, das ist der Mittelwert und im April ist sozusagen zum ersten Mal die globale Oberflächentemperatur der Ozeane über 21 Grad gestiegen und Sie sehen, diese Kurve liegt jenseits aller bisherigen Entwicklungen. Und da wir einen El Nino noch erwarten, jetzt im Augenblick, also eine anormale Erwärmung des Ostpazifik, was wir vor einem Jahr schon vorhergesagt haben, ist es so, dass wir möglicherweise schon im nächsten Jahr an die 1,5 Grad Celsius uns herankommen. Ach so, hier soll ich noch sagen, wirklich verstanden, was da in den Ozeanen im Augenblick vor sich geht, auch der Atlantik hat also eine enorme, fast abrupte Erwärmung, wir haben das nicht wirklich verstanden, da kommen offenbar verschiedene Prozesse zusammen. So, und das ist jetzt die entscheidende Grafik, die ich anzubieten habe, also Sie haben hier aufgetragen, horizontal, die Zeitachse, vertikal, das ist quasi die globale Erderwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau, Delta Global Mean Temperature in diesem Fall, also Sie sehen 1 Grad, 1,2, 1,5, 2 Grad, das ist die bisherige Entwicklung, wir sind bei 1,2 Grad Celsius. Und wenn wir Business as usual auch klimapolitisch machen, wird diese Entwicklung passieren, ich habe Ihnen vorhin ja gezeigt, was das für die Kipp-Elemente bedeutet, das heißt, die einzige realistische Chance, meiner Ansicht nach, weil 1,5 Grad werden wir in den nächsten 6, 7, 10 Jahren überschreiten, die 2 Grad wahrscheinlich in 30 Jahren, die einzige realistische Möglichkeit, die Erde für 8 oder gar 10 Milliarden Menschen bewohnbar zu halten, ist das hier, was wir Auferschut nennen, ich bin gleich fertig, Auferschut überschießen, das gibt keinen wirklich guten deutschen Begriff, das ist im Augenblick das wichtigste Thema in der ganzen Klimadiskussion, in der ganzen klimawissenschaftlichen Diskussion, können wir, nachdem vielleicht 2050 die 2 Grad überschritten sind, können wir uns wieder zurückarbeiten in dem Bereich von 1 Grad Erwärmung, was wir für ein relativ sicheres Niveau halten würden, das heißt, die Exkursion über die 2 Grad muss so flach und kurz wie möglich gehalten werden, wir wissen noch nicht genau, welche Elemente dann trotzdem aktiviert würden, Kipp-Elemente, aber die Hoffnung ist natürlich, bei einer kleinen Exkursion, dass wir einigermaßen mehr Glück als Verstand haben und einigermaßen ungeschoren davon kommen, aber vor allem, wie kommt man zurück, und es geht nur über sogenannte negative Emissionen, da gibt es alle möglichen Geoengineering-Fantasien, an die ich nicht glaube und wir haben das alles angesehen, was viel zu teuer wäre und wahrscheinlich auch politisch nicht funktionieren würde, aber es gibt natürliche Möglichkeiten und das ist im Wesentlichen, das überspringe ich mal, wir müssen sozusagen an den Bausektor heran, die gebaute Umwelt ist verantwortlich für über 40% der globalen Emissionen, Abfall, Extraktion sowieso und die Idee ist die, die wir seit ein paar Jahren jetzt propagieren, dass man Folgendes tut, dass man Aufforstung betreibt, natürlich, also degradierte Flächen, davon gibt es eine Milliarde Hektar auf diesem Planeten, dass man einen Teil davon wieder aufforstet, was ohnehin sinnvoll wäre, auch für die Biodiversität und dass man daraus dann die Rohstoffe entnimmt, um sie dann letztendlich so zu verwenden, dass unsere Städte, Infrastrukturen, Gebäude langsam in geerntete Biomasse verwandelt werden, wo das CO2 dann gespeichert wird. Also die Grundidee ist ganz einfach, aber gleichzeitig eine einzigartige Möglichkeit, die Photosynthese sorgt dafür, dass Pflanzen unseren Atmosphärenmüll, CO2-Müll, in wertvolle, nachwachsende Rohstoffe verwandeln, wenn ich die auf nachhaltige Weise ernte, wieder aufforste, natürlich nachpflanze, dafür sorge, dass ein Holzbalken vielleicht 500 Jahre im System bleiben kann, dann kann ich nach und nach tatsächlich wieder die Atmosphäre heilen, reparieren, auf natürliche Weise. Nature-based solution, das bedeutet, dass wir aber von allen Wänden, über die diskutiert wird, hier ist ja der Hans-Josef Fell, der Vater der Energiewende, wir brauchen eben auch eine Bauwende, das scheint mir die einzig gangbare Lösung zu sein im Augenblick, dass wir langsam sozusagen unsere mineralische gebaute Umwelt in organische gebaute Umwelt verwandeln und das haben wir durchgerechnet, veröffentlicht und so weiter. Insofern gibt es verschiedene sehr gefährliche Stoffe im Anthropozän, Plutonium zum Beispiel, Plastik, aber vielleicht der gefährlichste von allen ist Beton. Ja, vielen Dank. Applaus Ja, vielen Dank. Applaus